Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rammeln! Dabei sind Blake und die Ardi, neulösige Menschen! Hallo! Report Rundle for True! So und wir spielen nicht Rundle, sondern wir spielen Aish? Aish? Asche? Asche? Wir spielen Asche. Und gucken mal, ob wir gegen das Gegnerteam, was ziemlich, ziemlich fies ist, bestehen können. Wenn ich da sehe, ein Malphite, ein Garen, ein Lee, ein Fiddlesticks und eine Cutter. Ja, kein Ding, ne? Also, was man so halt macht. Verdammt, jetzt habe ich es falsch gesehen. Egal. Und ein Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Oh ja, oh. Mmm, Pizza. Hühnchen. Du bist jetzt König. Was willst du? Hätt ja ein Butterbraut. Sehr gut. Egal, du bist jetzt König. Was hältst du denn gerne? Ich bin Butterbraut. Tu das Note, dass das Moped so laut ist? Ne, das heißt ja... Werne, tu das Note, dass das Moped so laut ist? Ach, das war doch kein Damage. Hört mich, aber nicht. Ha, pff, Damage. Er braucht schon Damage. Du bist da, dir die Dame. Das ist ne Geige. Ach, halt. Der schimmert ganz lustig. Ey, was denn scheiß? Das ist ein Melfight, oder? Das ist ein Melfight, ja? Das ist ein Melfight, der ist ja nicht lustig. Da ist es nicht lustig. Der glitchert. Da ist es Kassig von hinten, weil das aus seiner Zeit auch sicher ist. Das ist ein Glitzer-Melfight. Darfst du? Nein. Das ist mein Pfeil ins nichts gegangen. Oh, du nein. Oh nein. Ob die haben wieder ne Scheiß-Vater. Ja, der, 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 der scheiße ist, der, 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 der. der däsen der däsen noch nicht nun die 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 tun wenn man diesen beträchtlichen schaden an denen wir nicht gemacht haben nach auch mal sändige silence aber in der dreck ein eisfeilchen ausmachen ich wollte es jetzt ja auch eigentlich lassen ich habe ja noch viel potz ich habe sie doch 100 prozent getroffen da haut der mich lieber auch irgendwie sind gerade meine heilkreuze so lustig dunkel die leuchten gar nicht herzlichen glühstrumpf jetzt gehen wir wollen mit einem gezielten Kritzer weggehoben und die sich nicht nicht die Witter die Lüge 1 Fuß runter Ah, der Melfight ist jetzt schon sehr nervig Das ist halt nix, ne? Oh, mein Gott, ich liebe dich! So ist es Amazing Ich stehe hier und singe Da ist ein Melfight, der wieder sein dummes Kackschild hat Und das wegen meiner Ich stehe im Garten Tust du gar nicht Das ist vom Rechner Erzähle nicht Außerdem ist es draußen dunkel Frühs um halb vier Lass mich Ich kann das Oh, kaputt Tja, mittags des vorherigen Tages So passt du auf Ach, Melfight lässt mich Oh Ja 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 War doch gar nicht nötig gewesen Oh 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 Nein, wir sind vorsichtig, das ist das Schöne dran Ja Piu 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 Wir fahren auf gerne das mein Ich seh' gut Los Das war kacke Aber vielleicht sind wir nicht hinterher, ihr Schweine. Ihr seid doch geklopft. Boah, warum? Ja, weil die Quinn wieder reingerannt ist. Wir sind so doof und rennen mit hinterher. Warum sind wir da hinterher gerannt? Ganz ehrlich. Ich frag mich sowieso, warum wir hinterher gekommen sind. Woh, das hat geklopft. Bei dir, du hättest noch was reißen können. Die Quinn ist einfach Todeskommando, gib ihn. Jetzt zerrufen wir uns alle. Das Todeskommando, ready, ab ins Gesicht. Das ist wirklich ein Penta. Da liegt ein Penta rum. Doch, wir haben einen Creep. Wuhu. Yeah, Schaden auf den Tower. Aua. Warum hab ich den Angry besch... Okay. War mich hier doof. Gib zu. Peng! Da ist auch noch ein Zartierand. Die alten Hände. La di di da di di da. La di di da di da. Na gut, damit kannst du jetzt nicht rechnen. Ohhhh. Das ist erstmal Mana. Asus. Mann. Was ist da da vorhin? Ohhhh. Echt jetzt? Dann hol ich mich da. Hol ich den halt so. Scheiße auch nicht. Komm jetzt her! Na! Geht's aber nicht nah. Ah, da kommt ein... Ne, kommt nicht. Kommt der? Ja, das Quote auf Doom, Junge. From Hell. Auf Doom. Ne, in Hell. From Doom. Yuuu. Erstmal ein Crit hinterher schmeißen. Hab ich überhaupt gekrittet? Ich glaub nicht, das war einfach bloß das Static, was da so viel Schaden gemacht hat. Keiner rechnet mit dem Static. Mh 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 mh. Oh du. All. Du lütz so. Crit lad dich mal auf. Uh, das war knapp. Wie der Tower bim gemacht hat. Oh. Oh. Jetzt hab ich den nicht gegrillt. Oh. Jetzt werde ich alles abformen. Oh. 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 Ich hab. Keine Ahnung warum ich jetzt auf einmal Garen im Target hatte. Ich war eigentlich der Meinung ich hab die ganze Zeit auf Yi geschossen. Auf einmal sehe ich wie ich Garen hinterher renne. Ich so, ja ok. Kein Wunder, dass ich Yi keinen Schaden mache. Ups. Upsi. So komm, holen wir mal hier auf Al. da war schon ein bisschen doof habe ich dann selber gemerkt das kann ich mir eigentlich auch mitnehmen so da guckt mal verwechselt Gnade nicht mit Schwäche sollte man echt nicht machen könnte ungut enden ja dann nehmen wir das ich hab bloß mit auf den Tower ich bin dumm da fack wo der Melfeld macht langsam schaden das finde ich überhaupt nicht schön Nein Susanne da flasht er sich weg das ist nicht wahr na Mist ach jetzt ist sie wieder da genau oh da ist ach schade so kommt geht doch was nein dafür das aufgabend hat es jetzt wird auch ausgerissen ein bisschen ein bisschen kein gold für nichts egal jetzt dafür stirbt sie jetzt am Garen zerplatzt sie einfach oder was nein nein okay Glück hat ich renne hier entlang und ihr guckt zu da kommt meine Pfeile geflogen das war klar voll im Fokus das war jetzt ne weil die uns echt auseinander getrieben haben die der Melfeld Ulti war sehr gut gesetzt und dann kam noch die Viertel Ulti hinterher geflogen und da stand die Susanne ganz vorne alleine der Nasus rückwärts gelesen ja was einmal gesehen wurde kann nicht mehr übersehen werden alte Zigarner Waldseider ist so erstmal auf den Tank aber um etwas anderes komme ich gerade nicht ran ja du kommst dann auch nicht mehr weg so da wollte ich ihn jetzt unbedingt den ollen der Nasus was machst du ja schön dauer endlich auch mal können wir auch mal Captain Sion sagste so König ja ich tanze trotzdem du bist du du hast sowieso nichts zu tun wir können auch tanzen ja ach ja natürlich das ist ein Kaninchen über kurz werden die das Auto klauen wer was für Kaninchen klauen die Autos was da flug da flug try to poke oh weißt du bist du oh komm du bist du mit Anpassung oder was wovon redest du Kollege ja keine Ahnung das merkt man das ist ja viel schlimmer als ich da klappt mein eigenen Kanal auf machen sagste ja machen wir du hast ja sehen was du davon heißt youtube mann das kann ich auch nicht gesehen haben die Klee macht zum Glück überhaupt keinen Schaden das ist echt von Vorteil also ist nervig ja da hat sich erst ein Sonja ausgeholt und dann halt noch Magic Fan ab und zu immer mal so ein Hit auf den Tower jetzt stehen wir hier ja die warten wahrscheinlich auf ihre Ulti-Wombo-Kombos natürlich und dann hau ich mich sofort raus um da rein zu ölten und alles abzugrasen wenn ich es auch nicht oh 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 der Mayfalt Einer Klammern komm schon dann hat er hier den Penta nicht gekriegt Einer natürlich ja so ganz knapp äh Höhe das geht so auf den Sack reicht nicht für Gold doch jetzt reicht's jetzt haben wir auch ein schwarzes Beil jetzt können wir vielleicht was reißen Attacke Harry Lama ja oh ich krieg das nicht über doof ööööööööố Pora füttern im vorbeigehen obwohl ich mach so was immer schnell ende waren damit die uns unter dem taus ist es halt schwierig nach das ist das über ein dauerpreis das nie also nie auf 9 der scheiß wie man ja der geht zu fix ab und dann ist wenn sie einfach alle vorbei das war noch knapper da unten und mindestens genauso knapp und hat doch nicht geklappt ich würde sagen von einem dauer können wir uns fast verabschieden obwohl ich bin da nein die scheiß krähe was der hat den tower hat abgekriegt aber sowas von der war tot der war sowas von tot das kann nicht sein dass der da den hat kein schild der hat sich nirgendwo hochgeliecht alter was hat der für einen kleinen penis so viel live regeneration hat er auch nicht kann irgendwo nicht sein hinterher gefilter hat die gerade gut gefilter heilige scheiße so man die küpfe dann noch weg holt nach blöde hat aber schön gesetzt da kommen sie alle ja schön jetzt wollen wir füllen Nasus! Ja, das Nasus, warum? Das war jetzt richtig Arschloch. Ja, er hatte wenig Life, aber wir hätten das gepackt. Den hätten wir hier snackt. Das war jetzt bitter. Na ja. Wir haben noch einen Versuch. So ist es nicht. Wieso? Das Problem ist, die werden mich jetzt arschfokussen. Sagst du? Ey, wenn du tot bist, ist es vorbei, ne? Was soll schon passieren, sagst du? Wirklich? Was ich geil finde, ich habe meine Ulti gleich wieder ready. Was? Boah, Alter. Was? Irgendeiner hätte den Ritzt abgekommen müssen. Ist so seltsam. Ich finde es ja schön, dass drei von fünf Gegnern auf einmal nicht sichtbar sind. Ja? Ne, ist scheiße. Du kannst machen, was du willst. Es ist, wenn ich mit der Ulti reinspringe, erstmal von fünf eigentlich zu sehen. Ja. Das riecht mich auf. So. Äh. Unfalls. Ja. Ey. 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 So. Ach, das war lieber auch ziemlich arsch. Los, Susanne. Ähm. Ja, den habe ich aber auch, den mache ich aber am meisten Schaden durch mein Last Whisperer und das schwarze Beile. Schön durch die Rüstung durch. Piu, piu, piu. Also den Viertel hätten wir so oder so gekriegt, ne? An den Viertel war ja nicht dran. Guck mal, ich sehe dich. Ich finde ja den Engage so abfahrtig. Welfall drein, Viertel, dreien vor, beide nicht gesehen. Ah, schade. Ein Grid mehr, dann wäre er weg gewesen. Vom Fenster, der Yi. Da vorne war alles schön frei. Ich dachte, da kommt man eher noch mit. Na ja, wir dürfen nicht so aufeinander hängen. Weil dann kommt der Malfight rein und rupt uns bei der Ocean Lehm. Das ist in der Tat ein Problem. Shit. Shit. Nein, vorbei. Richtig eiskalt weggefokust. Tja, ja, nie. Du bist halt jetzt Deffen, ne? Allein mit einem Affen, der dabei zuguckt. Na ja, eigentlich vier. Das sind nur 20 Sekunden, schaffst du. Nein, Moment, ich habe mich gehört. Das sind 16 Sekunden. 10 Sekunden, wenn Arin wieder da ist. Schaffst du. Achso, du bist schon tot. Komm, ich bin nie味ota, ich vertraue dich. Ich war einfach, mir passt die Kraft vor. Hm. Ja, war absehebar. Ich tanze trotzdem. Du, du, du. Ich stehe vor dieie so schön. Weißgelb.